Florie, kommst du? Ja, ich komm. Komm. Mach das nur so, weil dann kann ich auf Insta nachher hochladen. Ich auch. Der Freund blockt auch gerade für YouTube. Wir sind im Wald gerade und da drüben ist das Haus ein bisschen. Aber sieht man was? Ein bisschen, ein bisschen. Ich kann es euch noch mal zeigen. Jetzt sollen wir weiterlaufen. Hi. Hi. Wir laufen weiter, oder? Brauche ich nicht. Ja, okay. Juhu. Hab ich gesagt, mit Florian da ist? Was ist das, was du machst? Florian, lauf mal vor, ich filme dich hinterher. Geh? Ja. Ja, geh? Ich kann trotzdem was erzählen mit der Wild. Ja. Wo laufen wir hin? Okay. Lauf mal weiter in die Mitte. Warte. Warte. Warte weiter. Gut. Pfui. Einfach Pfui. Wie viel haben wir überhaupt? Warte. Ich kann kurz gucken. 12 auf 5. Das heißt. Demnächst müssen wir grillen. Drei Viertel. Demnächst müssen wir essen wahrscheinlich. Drei Viertel. Ich weiß es nicht. Aber. Heute gibt's Filme zu essen. Fote und Mehlweber. Und Fleisch. Und Fleisch. Und Fleisch. Foteflein. Ich weiß es nicht immer. Ja. So was gibt's zum Essen. Äh, genau. Und dann gibt's noch. Bilder kommen noch. Ach ja genau. Und vielleicht ein paar Sekunden Video. Lauf nicht. Ja. Ja. Und hier ist kaum die. Ja die ist schon da. Die ist auch da. Bis gleich. Wir laufen den Weg kurz zurück. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis wieder. Bis wieder. Wir sind gleich da. Wir laufen kurz da hoch. Hier hoch. Und dann sind wir da. Und dann vielleicht gehen wir noch. Äh ja. Sonst war's. Halt. Wir können wieder heute. Wir haben Spaß gemacht. Vielleicht kommt noch ein Video. Ein paar Videos genau. Und äh ja. Ciao. Wir sehen uns dann. Machen wir aus. Ciao. Aber dann dahinter nochmal. Schnell. Ja. Dann kam noch hin. Und dann kam noch nicht. Die 3. happened. Die 3. Das ist passiert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.